Hey YouTube! Willkommen zurück zu Let's Play von Bastion. Bastion? 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 Ach scheißegal, zu dem Spiel halt hier. Ich hab jetzt mal die Auflösung ein bisschen geändert. Ich hab gesehen im ersten Part, also der wird ja nicht optisch ganz so schön. Da hat man ja doch hier so ziemlich dicke schwarze Balken. Ich hoffe, dass sich das mit den neuen Einstellungen legen wird. So, wir sind ja hier bei der Bastion, haben hier unsere Destille, unsere Schnapsbrennerei hingebaut. Und würde sagen, schauen wir uns mal nach dem doch etwas längeren ersten Part mal hier um. Ah, okay. Bastion? Achso, das ist die Bastion, das hier ist? Bringer kann Übungsgeländer. Aha. Das aber, da Kirchengefühl. Ja. Ja, ähm, Infos? Der Breaker-Barricks. Viele Strahlt-Shooters lernen ihren Weg hier. Achso, dann erzählt er einen. Der Workman-Ward. Die Wind-Bagse sind hier, um die Stadt rumzulassen. Achso, das ist bereits geräumt. Ja, ich würd mal sagen, äh... Oh, oh, da kommt ja schon noch ein bisschen was. Ähm, ach, wir gucken jetzt einfach mal hier. Ach, da geht's auch noch weiter. Hm, okay. Okay. Ähm, ich würd sagen, wir gucken jetzt einfach mal hier in diesem Übungsgeländer. Das gucken wir uns mal an hier. Wir müssen ja alles mal gesehen haben. The Breakers used to come here for Target-Practice. Used to play a little game. See who could bust the most targets and the fewest shots. Aha. Okay. Räume mit ein paar Schüssen alle Ziele. Achso, während des Blitzens abschießen. Das ist perfekt, aha. Ah, okay. Solide Leistung. Boah, immerhin. Zweiter Preis. Also, das ist doch schon... Das ist doch schon, äh... Nächster Preis. Fünf Schüsse oder weniger, oh. Etwas Seeniges. Etwas Aufwendiges. Ja. Ich würd sagen, äh... Wir nehmen mal etwas Aufwendiges hier, komm. Ach, wir können sowieso beides nehmen, oder was? Ah, ich würd sagen, das machen wir nochmal, oder? Ach ja, das ist wieder Aufwertungsmaterial. Na, da, der Kalender, die fehlen ja... Für eine bestimmte Waffe. Ach, bestimmt für dieses Gewehr, oder? Ich würd sagen, dass, äh... Neustart. Ja, das machen wir nochmal. Der Kind hat nicht genug für die Breakers-Barracks. Doch, die Kommentare find ich ja echt teilweise zu cool. Okay. So, dann mal gucken, wie wir uns eventuell... Fünf Schüsse oder weniger. Eins, zwei... Drei, vier, fünf. Ah, aha. Das heißt, man muss dann wirklich... Immer im richtigen Moment abdrücken. Wo ist das gehen hier? Was heißt abdrücken? Äh, loslassen wir eigentlich natürlich. Ja, das sieht gut aus. Konzentrieren. Ah, aha. Ist jetzt super. Ja, 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 ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. mit der wir auf den Skyway und hat nur knapp 4 Minuten das heißen zweifelt das ist was zu sagen gut dann nicht die Portion doch ich hoffe dass das jetzt mit der Qualität einigermaßen was wird das war so hässlich mit den ganzen schwarzen Balken ja dann würde ich mal sagen ob zum nächsten Level und was trinke ja jetzt doch trinken da sieht so aus ob man die nur im Inventar hätte das geht schon kriegen wir hin sollte ein Korb auf einer dieser schwarzen Strecke aber welcher er geht um die Schwarz-Stücke das sind immer viele egal wo den werden wir schon finden früher oder später wie ich mich kenne eher später als früher waust du hau wie krass die Waffe ist ja echt mal cool. Also, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da sieht der Hammer schon am Gegen aus. Oh, oh, oh. 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 Stirb, 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 stirb. Ach, wie viel kommt denn da noch? Boah, die Waffe gefällt mir. Die ist mal top. Er macht, glaube ich, weniger Schaden, oder? Als der Hammer, oder sehe ich das falsch? Ich weiß gerade nicht. Das nehmen wir auch mit. Von Leichling-Roll-Lockruf-Kuh drücken. Okay. Ja, gelohnt hat sich das auf jeden Fall. Das will ich auch mal so sagen, ne? Kann ich hier was machen? Nee. Ein Leichling-Lockruf, okay. Dann müssen wir nachher mal ausprobieren, wenn da wieder welche sind hier. Na? 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 Ach, die mögen uns jetzt. Ah, ha. Das heißt, wir haben jetzt so gesehen zwei, die uns folgen und beim Kämpfen helfen, oder was? Nö. Im Norden. Okay, dann gehen wir erst in die andere Richtung. Und gucken uns mal hier. Schmiede, Schmiede, Schmiede hört sich gut an. Schmiede hört sich doch super an. Percy die Pizze. Hopp. Okay. Huh. Huh. Ah, die Großen, die machen, äh, nicht wenig Schaden, muss ich sagen. Huh. Hier hat das Erholen, 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 Erholen dich. Ah, die Größeren machen nicht wenig Schaden. Muss ich ja echt mal? Ah, die sind schon ein bisschen schwieriger. Was? Ich hab doch abgewehrt. Mann. Schmeiß, schmeiß. Ey. Nein. Was heißt hier, wo ich hintrete? Was soll die Scheiße denn hier? Ey, das gibt's doch nicht hier. Ey. Ey. Der war übel. Der war übel. Ach komm, wir machen erstmal alles kaputt hier. Sammeln alles auf, was geht hier. Da haben wir noch so eine Flasche. Alles mitnehmen hier. So ein Heilfläschchen, das nehmen wir uns auch noch hier. Na, komm. Da geht's nicht weiter. Guck mal. Guck mal. Machen wir noch mehr. Ja, los hier. Aufwertung auswählen. Achso, schneller schießen? Zwei Zieldurchschleppungen? Mhm. Mhm. Ich werde für schneller schießen. Also, Tatsache. Also, Tatsache. Ist das quasi das Geld. Nehmen wir auch noch. Geht das nicht? Geht das nicht? Manu. Warum nicht? Hä? Hm, Manu. Egal, das soll erstmal reichen ja. Okay, gehen wir erstmal wieder zurück. Oh, gleich schon mal zehn Minuten. Doch, ich und hier hängen immer noch da rum. Und die lieben sich. Och, sind die süß. Ähm. Da können wir nichts machen. Oh nein, nicht diese Viecher, nicht diese Viecher. Stirb doch einfach. Ach, ich stehe hier mitten in diesem Schleimzeug drin. Ist ja natürlich auch nicht gut. Okay. Rettungsrum. Okay. Stürb. Oh. Oh. Los, greif den an, greif den an, greif den an. Yeah. Ja. Ging ja noch. No surprise. Ich glaube, die Gäste, die haben sie von uns versteckt. Hm. Die verstecken vielleicht was von uns. Okay. Guck mal mal. Hopp. Dann gucken wir doch mal, was die vielleicht hier von uns verstecken wollen. Der Rest des Wegs ist gut gegangen. Und die Stadtkriege wird es nicht zurückgebracht. Okay. Hopp. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Na, vielleicht verstecken die ja doch nichts von uns. Na, schade. Hätte ja sein können, nochmal so eine Imba-Waffe. Oh. Also heute habe ich auch mit dem Hals. Ne, da ist nichts. Da ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. Und... Boah. Okay. Und dann müssen wir wohl doch in den Norden. Was? Oh. Nein, 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 nein. Mal schnell ein Stückchen trinken hier. Egal. Schmeuchst du das Schwert erstmal. Was? Hä? Was ist das? Etwas Scharfes. Für die Kriegsmarschete. Ah. Okay, okay, okay. Gut. Dann schauen wir uns mal hier oben ein bisschen um. Oh. Das riecht doch nach einer Falle. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Aber so schnell wie die Waffe hier ist. Hi. 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 Na. Na komm. Ich will doch auf den hier. Jetzt geh doch mal auf den hier. Jetzt schmeiß dich doch auf den zurück. Ja, geht doch. Na. 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 Geht das jetzt auch mal kaputt, das Ding? Ach. Jawoll. So. Das war das. Na? So, und ich stand auch noch hier. Bam! Was haben wir denn hier Schönes? Zerlumpte Hauber. Okay. Verschmutztes Gas gehören quasi früher um die Minen. Okay. Dann laufe ich mal weiter. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so hoch konzentriert bin und so wenig rede. Also Wahnsinn, das ist... Ich versuche hier wirklich so... Ja, das heißt also Bossfight. Wo ist der Boss? Wo ist das Dickerchen? Oh, das Dickerchen, nicht wieder Dickerchen. Ich wollte nur ein Dickerchen. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Boah. Alter, viel mies. Ja, ich glaube, davon wollen wir uns nicht treffen lassen. Nein, davon wollen wir uns wirklich nicht treffen lassen. Ach, er schießt genau, wenn er leuchtet, wenn er leuchtet. Ja, ha, 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 ha. Uh. Nein, nicht getroffen. Ach, der ist ja auch fast kaputt, oder? Jawohl. Ach, jetzt lieben sie mich. Ah, jetzt bewegen die mich. Ach so, jetzt sind sie die... Oder freundlich gesinnt, oder wie auch immer. Ja, ich glaube, die Parts mache ich alle ein bisschen länger. Immer so... Für jedes Level ein Part, oder? Okay. Okay. Er ist bereit, um zu gehen. Und sein Ticket ist genau, wo er angefangen hat. Nein. Den ganzen Weg wieder zurück. Hm. Ich habe mir da gerade... Tut ihr mir was? Ey, ich habe euren Chef besiegt. Du musst mich lieben. Sau, du. Gucken wir mal, ob hier noch ein Geheimgang ist. Irgendwie so. Hier ist nix. Oh, 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 oh. Warum wackelt das so? Das will doch wohl hier nicht einbrechen, oder? Ah. Da geht's raus. Okay. Tchum. Bau die Schmier. Ah ja. Er kommt zurück. Just like I knew he would. Okay. Korr hums in his pack. The monument is calling for it. Das monument ruft danach. Jetzt fange ich ja schon an, laut mitzulesen hier. Mehr oder weniger. The windbags used to be all right. Dann hat er die Schmiede genommen. Ach so, der liebt uns. Der mag uns. Können wir dir was machen? Ah, ha, süß. Gut. Dann würde ich sagen, ich pack mir das Monument, den Kern drauf. Der Kind macht es wieder. Nur wenn er entscheidet, was wir dann bauen. Ja, was bauen wir denn mal als nächstes? Ich würde ja so sagen, eine Schmiede. Eine Schmiede. Ja, das ist die Frage. Ja, ich hätte ja gerne so eine andere Spezialfähigkeit. Wir machen erst mal ein Waffenlager. Ja, kommt. Spiegelschild erhält er. Das klingt doch schon gut. Was haben wir hier? Ich würde sagen, hier bleiben wir bei der, ja doch, hier bleiben wir bei der Kriegsmaschine. Ich denke mal, der Bogen ist auch super. Was? Nein, ich habe hier gar keine neue Waffe zugewiesen. Das laber nicht, ey. Bringersalve. Von den schnellsten, von den berühmtesten. Das macht einfach eine Salve. Okay, Spiegelschild. Automatisch sämstliche Angriffe abblocken. Blitzrundumschlag. Okay. Die Bringersalve klingt gut. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Den hier auch nochmal. Cool. Hast du noch was zu sagen hier? Gut, hast nichts zu melden. Wunderbar. Ja, dann, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin.